Moin! Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Oh, ich bin gerade mal dabei hier auf der Baustelle zu gucken und Geld einzusammeln. Oh, jetzt ist mir die Geldkassette runtergefallen. Wie ungeschickt von mir. Da kenne ich doch Leute, die sich da ein bisschen besser mit auskennen, mit den Geldkassetten. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist die Geldkassette hingeflogen? Ey, ich werde weich hier. So, Pfeile lassen. So, da hinten müssen wir dann auch noch eine haben. Was kriegen wir eigentlich im Moment für Geld? Dann muss ich gleich erstmal nachkommen. Was die Bank da im Moment zahlt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe hier noch nie Geldkassetten eingetauscht gegen Geld bei der Bank. Oh, hier ist noch. Wird hier noch verarbeitet oder wie? Die können wir ja eigentlich schon mal nehmen, ne? Die sieht ja auch schon so bewegt aus. Nicht, dass hier jemand versucht hat, Geld zu klauen. Wollen sie doch tatsächlich mal aufpassen. So. So. Und jetzt fahren wir damit mal wohin? Zur Bank. So. Die Geldkassetten noch sicher sind. So. 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 Eier könnten wir ja auch gleich nochmal gucken. grupo de ha AG Als Eierhof, wir haben noch nie Eier verkauft. Noch nie. Der fährt hier wenigstens schön schnell. Ach, tatsächlich, das ist ja Wahnsinn. Habe ich nicht gesehen. Los, Fahr. Die Frage, ob so ein Auto überhaupt so ein Zusammenstoß mit dem hier überlebt hätte. So. Na los. Moin. Na, kommt was, das haben wir hier auch. Können wir uns auch noch drum kümmern. So, und hier im Dorf war doch irgendwo die Bank. Müssen wir jetzt mal eben suchen. Ich weiß das gar nicht mehr, wo die Bank ist. Was hier rum? Peinlich. Das sieht doch noch mal an der Bank aus. So, und wo muss ich da die Geldkassetten hinbringen? Geld, steht hier irgendwo Geld, Geld steht da. Na ja, für 1.000 kriege ich 1.500, das ist ja nicht so schlecht, ne? Wo müssen die denn hin? Wo werde ich die los? Na, hier hinten wohl nicht. Ich habe das noch nicht gemacht. Sorry. Ähm, ich werde es rausfinden. Wenn nicht, schreie ich. Hallo. Ich muss ja hier irgendwo mein Geld loswerden, oder? Aber wo? Jetzt ist es weg. Oder was? Ich kriege hier irgendwo auf der Map, ne Geldkassette um. Wo werde ich die denn los? Hallo. Ich will damit nicht zum Baumarkt. Ich will mir nichts kaufen am Baumarkt. Ich will hier mein Geld loswerden an der VR-Bahn. Ja, vielleicht kann mir das ja irgendjemand von euch sagen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Für mich würde es ja logisch sein, das Geld hier reinzupacken. Aber... Ich weiß nicht, dass das so ein Nachttresor ist. Oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Karte. Ich habe noch eine Bank. Da bin ich aber doch. Leute, ich weiß es nicht. Mir ist auch egal. Ich kümmer mich jetzt darum, mal die Ernteflotte zusammenzustellen. Ah, wir sind angekommen. Ja klar, selbstverständlich. Fahrrad entlassen. Oh, ist auch gleich voll hier. Meine Produktion. Das ist ja sehr schön. Ausladen. Das ist ja schön. Die Ernteflotte 1. Hier unten für Raps. Stellen wir uns mal zusammen. Dann beginnt hier das große Ernten. Das ist ja schön. Rapsi, Rapsi. Eigentlich muss ich hier zwei Abfahrer haben. Ganz klar. Ja überall. Jetzt gehen wir noch mal. Und jetzt Eisenhower. Vollgetankt ist er. Was ist das? Untertitelung. BR 2018 Große Vorbereitungen zur großen Ernte. Jetzt kann ich mir gucken, ob der erste da schon voll gekommen ist. Das ist doch schon sehr cool. Das ist doch schon. Und wo sind noch die ganzen anderen Fahrzeuge? So, wo ist denn mein anderer? Die sind noch auf dem Feld. Sind wir denn schon fertig mit 5? Und hier mal den... Das ist doch schön. So, wo sind meine 800er? Okay, der ist damit auch noch gar nicht fertig mit Düngeln. Mist, verdammte. Wo steht der? L16. Hat ja super geklappt. Warum bleiben die denn stehen eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Los. Ich bin ja eh jetzt. Ja, das macht er. Hey, Leute. Wenn es euch gefallen hat. Ich stehe auf Feld 18. Feld 18 ist aber sehr schön. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir ein Kommentar, abonniert mich. Würde mich tierisch freuen. Wenn es euch gefallen hat. Ihr habt auch noch heute bis 12 Uhr Zeit, euch für einen offenen Multiplayer Livestream zu bewerben. Der findet heute Abend um 18 Uhr statt. Mods bekommt ihr alle von mir, außer der Karte. Die Karte müsst ihr bitte bei FedAction runterladen. Beachtet bitte, dass ihr die Vierfachmap in der Version 1.5 ohne Gräben ladet. Und ja, was soll ich noch sagen, außer dass ich jetzt vielleicht mal auf die Straße achten sollte. Es gibt ein Video hier bei YouTube. Einladung zum offenen Multiplayer-Jubiläums-Livestream oder irgendwie sowas. Da steht drin, was ihr machen müsst, damit ihr mitspielen könnt. Das Like gibt es auch als Veranstaltung bei Facebook auf meiner Facebook-Seite FriesenJungen13. Ja. Und es gibt auch auf meiner Homepage FriesenJungen13.de einen Artikel dazu. Und dann gibt es heute Abend um 18 Uhr drei Stunden lang einen Multiplayer-Livestream, wo ihr hoffentlich alle zahlreich vertreten seid und zuguckt. Würde mich freuen. Also fünf Plätze gibt es zu vergeben zum Mitspielen. Ja. Ich hoffe, dass ich mich nicht schon wieder verfahre, so wie jetzt. Eigentlich. Eigentlich, peinlich, peinlich. So. Und ja. In diesem Sinne sage ich dann erstmal bis heute Nachmittag. Ich freue mich auf eure Bewerbung für einen Livestream. Wie gesagt, heute Nachmittag 14 Uhr gibt es natürlich noch eine weitere Folge Let's Play. Und heute Abend um 18 Uhr dann den großen Livestream. Wenn sich dann Leute gewerben. Ich weiß gar nicht, wie der Stand ist im Moment. Kann ich nicht sagen. Ich habe da keinen Überblick im Augenblick. Aber ja, wird schon schief gehen, ne? Wie man so schön sagt. Und in diesem Sinne sage ich Ciao. Cool. Vielen Dank.